so hallo leute ein neues video auf meinem kanal und es ist roll warten dabei hallo und wir suchen jetzt einmal eine waffe aus also einer sucht die waffen aus und der andere sucht dann die gadgets dazu aus und dann schauen wir ob man was damit reißen so was nehmen also wir nehmen ein sturm soldaten du darfst die waffe auswählen nehmen wir die auger 3 ok schauen wir mal was ja und geht jetzt auch für das ding ich muss sagen er bei mir so auch noch nicht so ausgebautes rotpunkt wie sie habe ich das reflex wie sie aber ich habe auch nur überhaupt offene visieren und das infrarot ja dann nehmen wir doch die offene visierung oder der rot habe ich auch nicht so zubehör habe einen grünen habe ich grüne laser visier ok nämlich das laser visier lauf da habe ich gar nichts und unter dem lauf habe klappgriff oder die ugl schiene ok dann müssen wir die ugl schiene nehmen ok genau und als gadgets normal ja dass man sanitätstasche und defies das ist super genug ok jetzt kriegt das ding noch eine hübsche farbe das ja auszahlen oder sanitätstasche defi welche granaten die 67 ok fast na dann los geht's auf eine gute runde und da geht schon der erste tod bei mir mann der zwischen wieder zu wo ist er dort ist doch einer den gemmeyer jetzt habe das das reflex rot punkt visier dazu kriegt den ersten fiel ja das war das normale visier an sich ist sehr schlecht konzern und hoffen so wie es so das ist bravo da warte so du bist wie ein leben nein bin ich nicht nicht bist du tot ja was machst du bin gerade so gemütlich gelegen darum haben wir gedacht machen wir gleich noch einmal bleibst gleich liegen ja genau ok ok zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu haben die sparen gerade nicht ein granaten ja das kann ich auch granaten hätte ich für sie auch bin ja nicht so teil ja gerne das kann ich auch nicht so gut machen wir sollten uns aber zuerst d vornehmen weil das ist die schwierigste sagen wir so wie es auch das einzigste ziel was wir haben so gleich so viel dazu aber wie es aussieht haben wir gerade gute chancen aufbauen ja und nachdem sie ja bravo macht habe ich mich wieder mal schlafen gelegt ich muss ja nicht überall dabei er ist ernannt märkte jetzt bin ich da wieder vollkommen zufrieden ich bin gerade aus dem Kampfgebiet aus der grändlichen Intelligenzler au au lebt so genau auf die Garnate gegangen ich hab angetrunken wohin diese alle auch so ne kann da wiescht auch schüttt von hinten jo na der wollte so so ok wie es aussieht wenn wir vom US.4 kommen Dann nehmen wir doch mal los. Auch müssen wir vorne hinter den Kisten. Rechts, da ist er wieder. Mann, da stehen wir uns zu viert. Warum? Weil sie es können. Richtig. Ja, also Feinde treten vermehrt in Gruppen auf. Ich glaube, das sind alles gute Tiere. Es gibt es ja nicht. Ich treffe echt nichts. Das ist... Für mich geht es gerade noch. Ich bin schon wieder so intelligent, dass ich... Ah, da steht einer. Ich habe gehofft, dass der Bomben-Spot unbeobachtet ist. Aber dem war nichts. Dem war leider nichts. Nein. Wo war der jetzt? Es ist schön, dass uns immer wieder dieselben Leute umbringen. Ja. Also wenn wir sterben, dann sterben wir zumindest in der Gruppe. Alte Bekannte. Tatsächlich mag ich sogar die offene Vision von der AUG. Finde ich echt angenehm. Ich würde es angenehmer finden, wann da einmal wer sterbt. Und zwar nicht da an die. Nein. Das wird schwer. Mhm. Ich sieg's. So. Jetzt würde dann Kilometergeld einreichen. Das wäre eigentlich echt mal interessant. Wie viel Geld wäre das? Hm. Reich würde man nicht dürfen. So viel ist fix. Jetzt stirbt doch. Ich bin gleich in der Wand weiter gestürmt. Ich hab's gesehen, ja. Ich glaub, das wird nicht lange mit Erfolg sein. Da hinten liegt dann ein... Wo kommt ihr denn her? Von überall. Ja. Da muss irgendwo ein Nächster. Ei, 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 ei. Ha. So. Ich bin echt zu dämlich. Wieso? Ja. Weil ich nur am Stern bin. Darf ich kannst ja du nix. Ach, nö. Stimmt, die anderen schießen ja auf mich. Richtig. Ich tät ja nicht selber auf mich schießen. Das ist ein Argument, ja. Das sind nämlich immer die anderen. Kann ja gar nix dafür. Richtig. Äh. Was feuernst du dir? Nee, der. Was feuern der? Oh, hinter uns. Hinter uns. Der kommt vor uns und hinter uns. Ich habe zumindest nur einen Kill gemacht, bevor es vorbei war. Schauen wir mal, was da für ein Desaster rausgekommen ist. Das ist uninteressant. 3 zu 11. Um Gottes Willen. Und wie immer, du hast eine positive KT gespielt. Ja, aber so positiv hätte ich. Aber besser wie 3 zu 11. Also das muss man schon sagen. Na gut. Es liegt im Auge des Betrachters. So. So Leute, das war der erste Teil. Und den zweiten Teil gibt es beim nächsten Mal. Ciao und Tschüss.